Insektenschutzgitter Insektenschutzgitter sind der effektivste und natürlichste Schutz gegen lästige Insekten. Für die Verwendung in grösserer Fassadenöffnungen, wie zum Beispiel Terrassenausgänge, sind die Schiebeelemente ideal geeignet. Als Vorteil ist die Tatsache einzusehen, wie einfach und leicht man diesen Insektenschutz bedienen kann. Wenn man mit einem einfachen Handgriff einen Durchgang öffnen kann, den man hinter sich sofort schliesst und damit das Einringen der Insekten ins Zimmer verhindern kann. Leisen und reibungslosen Gang ermöglichen integrierte Rädchen. Jede Schiebetür wird anhand einer fachmännischen Ausmessung massgerecht gefertigt. Als Grundbaustein dient Schiebeelement aus Aluminium, in dem das Gewebe eingespannt ist. Am meisten wird graues oder schwarzes Gewebe verwendet. Das sieht man an der Tür fast gar nicht. Allergiker können auf ein Antipolengewebe zurückgreifen, das das Einringen des Polenstaubes in die Räume wesentlich unterbindet. Das Schiebeelement sitzt entweder zwischen zwei Führungsschienen oder ist in ein geschlossenes Rahmen integriert. Bei der Schiebetür kann man zwischen einer einflügeligen oder einer zweiflügeligen Version wählen. Einzelne Schiebeelemente kann man dann einzeln bedienen. Rahmen- bzw. Schiebeelementfarbe wählen wir nach der Fenster- oder Türenfarbe. Zur Auswahl stellen mehrere Farben und verschiedene Holzimitationen bereit. Der Vorteil von Schiebetür liegt vor allem in dem, dass man nur sehr wenig Platz vor der eigentlichen Bauöffnung braucht, wo dieses Insektenschuss montiert wird. Der Vorteil von Schiebetür. Ummm schiebet zur Philippär-Hausland Malmö Vielen Dank.